und zurück zu der last guardian so leute letztes mal sind wir mit dem fahrstuhl hier hochgefahren da hinten der genau so wir haben jetzt den weg gefunden und zwar geht es da unten über das rostige rote geländer kann man nämlich hier hochsteigen genau da kommt man nämlich hier raus so weiter habe ich noch nicht gespielt ich würde ja teilhaben lassen und wird sagen jetzt schon mal wie es weitergeht denke mal natürlich müssen wir die treppen hoch so sieht auch schon ganz schön brüchig alles aus gehen wir hier hoch droht schaut es nicht aus sonst weitergehen würde so ist das hier kann man die hier runter wollen lassen ich muss man nicht jemand hier hoch so geh hoch komm hängen brauchen wir uns noch mal nicht da glaube ich wird jetzt an dem efeu weitergehen okay fangen wir uns mal hier durch ich hoffe dass unser tricobald wieder kommt der ist in der letzten folge ab handeln gekommen so da geht es kette nach oben ok 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 ich denke mal wir müssen jetzt hier in der kette hoch ok und woher kommt sie kommt sie so gehen wir hier lang ok naja ich glaube wir müssen hier rüber wenn er dann will Und darüber, komm Zieh Geht's da noch hoch? Ne Okay, dann müssen wir hier auf den Baumstamm rauf Denke ich mal Lass uns mal fallen Vorsichtig umdrehen, vorsichtig Ah, okay, was ist das hier? Das ist unser Tirico Okay, gehen wir mal da hoch Dann kommen wir aber nicht weiter Oder müssen wir Oder müssen wir da in den Baumstamm Okay, sehe ich schon Wir müssen, glaube ich, da rüber So, Tirico, wir sind wieder hier Er sagt immer Tirico Wir sagen Trico Aber der schaut gar nicht gut aus Leute Ich hab irgendein komisches Gefühl Warum sag ich euch gleich Wenn ich es nicht verkehrt gesehen hab Das ist nicht Das ist nicht unserer Das war dasselbe Tier Deshalb Und das Zahl zurückschicken Oh mein Gott Oh mein Gott Der ist böse Leute, der ist böse What the fuck Was ist das, was ich machen muss? Nein, ich spring halt dann hier hoch An das Seil What the fuck Ich bleib jetzt einfach mal fest bei dem Oh mein Gott Tut mir nix Kann ich hier rein? Ah Okay, da wird es hochgehen Ist der böse Trico Aber anscheinend Ist er mir jetzt nicht gefährlich geworden Ich hoffe, das bleibt so Sehen wir den hier? Oh mein Gott Wurde Klär dann Klär dann, wie es geht Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss Hey, was ist denn jetzt hier? Kannst du hier rüber gehen oder nicht? Okay Okay, da unten ist Da unten ist anscheinend Äh Kann man anscheinend rein Aber ich will gerne runter gehen Und mich fallen lassen Aber da ist ja nix mehr Können wir uns einfach mal hier runterfallen Okay, 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 okay Ich seh nix mehr Ah, hier kann man durchgehen Oh Okay, alles klar Spannung pull, Leute Weiß nicht, ob der mir jetzt was tut oder nicht Ich hab keinen Plan Hau ab Ich hab keinen Plan, was ich machen muss, Bitch Geh mir einfach mal hier hoch Na geh halt da hoch, Mensch Boah, Alter Okay Boah Okay, ich muss erst mal schauen, wie es weiter geht Okay Okay, 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 okay Sean, gucken Da kommen wir weiter Da geht's rüber Scheint ja ziemlich safe hier zu sein Muss ich hier runterspringen oder nicht Hier lassen wir einfach runterfallen Okay Okay, hier Hier hoch Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich bin hier Ok, sehr gut. Wenn ich drunter falle, sterbe ich. Dann gehen wir hier hoch. Ok, da oben scheint es weiter zu gehen, sonst ist hier nichts mehr. So, ok, gehen wir hier hoch. Oh Gott, ist immer noch hier, oder? Sag ich nicht, da kommt die hoch. Ok, hier ist ein Käfig. Ah, ok, da ist ein Kopf drin. Vielleicht kann man nichts tun hier. Boah. What the fuck? Voll die Rüstung an, das Vieh, ey. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, was ist jetzt los? Oh, der wird von irgendwas gerufen? Vielleicht von seinem Meister. Seine Hörner vibrieren auf jeden Fall oder bekommen irgendein Signal oder sowas. Oh, Gott sei Dank, die ist weg. Gott sei Dank. Ich komme hier raus. Ich kann hier aber nichts machen. Oder kann ich hier weiter rennen mit dem Ding? Nee, was geht neben mir, ja. Kann ich irgendwo hin... 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 rollen mit dem Ding. Okay, was ist jetzt? What? Ich wartete eine gefühlte Ewigkeit. Ich denke mal, den Kopf, was wir da sehen, im Käfig, das ist für den einen komischen Ritter da. Ganz zum Anfang. Ich kann nichts machen, ich komm hier nicht raus. Ich weiß nicht. Ah, okay. Na komm. Okay, das ist der Gute. Um der Triko. Triko ist wieder da. Hilf mir. Ja man. Ja. 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 Vielleicht muss ich denn das Licht mit dem Käfig irgendwie... Irgendwas muss ich denn mit dem Käfig machen? Aber was? Okay... Oh mein Gott... Okay, da ist ne Plattform... Okay... Schmeißen wir bloß in den Abgrund runter... Na komm, da muss ich jetzt die Plattform da rauf... Okay... Ja, das ist das! 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 Na komm! Da brauch ich den bloß in den Abgrund runter, ey! Sag's dir! Hier! Da muss ich rüber, Mensch! Nein, nicht da runter! Da muss ich hin! Na, genau! Na, rüber gehen! Seitlich! Oh, komm, 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 komm! Ja, genau, genau, genau! Ja! What the fuck! Oh mein Gott! What the fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich werde sterben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob das normal ist! Oh mein Gott! Da kommen wir niemals rüber! Oh mein Gott! 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 Okay! So! Schauen wir mal, ob wir da rüberkommen! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Da geht's die Treppen runter! Ey! Wir müssen rüber! Da geht's die Treppen runter! Nee! So! Ich muss da rüber! Vielleicht kann man das Ding so rüberdrehen, irgendwie. Ah, genau. Ah, 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 ah. Schaut gut aus. Oh, jetzt geh weg da, komm. Das mache ich selber. Oh, jetzt komm. Okay. So, ja gut in the meantime schon fast a. No, komm, 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 komm. Sii. Maj wezden jetzt. Na, was ist denn jetzt? Was macht ihr denn? Komm, stell den Käfig aufwärts. Komm, wir sind schon da. Boah, was ist denn jetzt hier los? Komm. Boah, was ist denn hier los? Boah, alter. Boah, alter. Doch, mein Gott. Boah, ist das anstrengend. Jetzt nehmen wir das blöde Ding hier, komm. Ach so. Hier rein. Und, komm, komm, komm. So, okay, jetzt weiß ich schon, was wir mit dem Kopf machen müssen, weil wir müssen bestimmt eine Rüstung aufsetzen, weil nämlich dahinter ein Fass war. Fressi, 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 ich will den Trico. So, das probieren wir jetzt mal. Und zwar. Und zwar muss ich jetzt schauen, wo wir mit dem Fass hochgehen können. Ähm. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier lang. Okay, hier kann man hochgehen. Kann man hier hochgehen? Hier irgendwo? No, schaut nicht so aus. Okay, probiere trotzdem jetzt mal. So. Komm her. Komm hier rüber, komm. Guck mal hier, vielleicht trifft sie mich nicht. Mein Versuch ist jetzt eigentlich, dass der komplett hier rumläuft. Guck mal, das funktioniert. Er bleibt jetzt gerade da stehen. Okay. Kann man woanders machen. Kommt ihr hierher gelaufen? Okay, er kommt rum. Das heißt, ich will mir jetzt steil das Fass. Oh komm, nimm's doch bitte. Guys, du kannst einfachen. Was ist das? Warte mal, ich kann nicht vielleicht umstoßen Nein Oh, hier hätte ich auch hochgehen können Mann Nein, das ist doch scheiße Boah, ey, ist das ein Oh So Fressi, fressi Trico Ich hatte keine Wahl Ich würde nach einem weiteren Fessern suchen müssen Okay So Ich glaube, er ist wieder gesättigt Jo, ist ja gut Gut Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen Mit ihm Na, komm mal Ich denke mal, dass wir vielleicht zurück müssen Sogar da, wo der andere Böse Trico war Weil er nämlich ja Durch das eine Loch da gekommen ist Vielleicht kommen wir da irgendwie nach oben Nach raus hier Da werden schon so Nein, nein, nein Ich bin mal da hoch Mit einer hier Mit einer hier Na komm Okay, sehr gut. Wo sind sie denn jetzt hin? Da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Okay! Da wird es doch gar was. Da runter, komm. Man hätte gleich unten durchgehen können, Mensch. Ich denke mal, da wird es lang gehen. Da, dann komm. Da rüber, komm. Da rüber, ja genau. Na los, los. Genau. Sehr gut. Was macht der denn? Du sollst doch rüberspringen jetzt. Nicht zurück, Mensch. Nein, jetzt springt er wieder zurück. Wien, Vogel. Jetzt springen wir doch rüber, komm. Da rüber. Da rüber. So, und jetzt springst du bitte hier rauf. Ja, komm. Bring jetzt da rüber. Jetzt springst du bitte hier rauf. spring jetzt da rauf ins Krippihaus los nein darüber jetzt los spring mein Gott ist eine schwere Geburt hier so ja Baby geht doch so darauf oder hoch schaffst du es wahrscheinlich noch nicht also musst du darüber we sprühen wir wieder runter ich glaube aus sonst hier oben so und dann tricot ja 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 da hochkommt sie hochkommt geht doch so und jetzt will ich du bist freut sich das loch da gekommen da oben will ich durch ich hoffe ich jetzt durch und bitte oder willst du erst da hoch nein mal so jetzt kommen wir hochkommt aber 3 tricot komm schon ja 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 genau da hoch dann auch schnell es wird gleich zurückkommt los los spring zieh da hoch bitte da hoch bitte was macht ihr denn jetzt komm da hoch bitte kommt da hoch bitte geht es da weiter schauen wir mal alles klar geht es da praktisch weiter das ist hier wir sind mal richtig schlecht wieder alles dunkel ok leute bevor wir jetzt hier aber ins areal reingehen würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bleibt dran ist auf jeden fall spannend und ansonsten will ich mich natürlich bedanken über den daumen nach oben oder auch wenn abo und wir sehen uns in der nächsten folge wieder servus euer andy okay